Auf geht's, wir gehen da den nördlichen Hübi von dem Pass hoch. Wahrscheinlich da noch mal eine Rechnung. Was willst du denn rauftragen? Fahren. Nein. Ich würde ja kein Geräusch verursachen, bis nicht unsere Freunde der Luftwaffe da drüber geflogen sind. Ok, dann schlafe ich auf dem AMG in Scheidempfer auf. Wir schießen ja nicht einmal. Auf geht's, marsch marsch. 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 Folgendes, ich habe nämlich eine M15-Mine mit, für den Fall, dass einer von diesen Kampfpanzern da auf uns hoch eindringt. Ich werde dich da auf unserer Seite dieses Passes noch mitten auf der Straße legen. Lasst mich nicht vergessen, dass ich es dann wieder einsammeln, falls es nicht hoch geht. Ihr könnt euch schon in Richtung Gipfel bewegen. Eher links rum um den Gipfel, ok? Ok. Gut. Ihr Hase hört. So verstanden. Hatten Sie auch mal auf den Verfassel, dass man praktisch funktioniert? Hase ist super. Ich würde gerne hören. Äh... Ich habe jetzt äh... Ja. Ich habe jetzt äh... Ja. 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 Da hast du keine Mine... Stefan ist dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist aber ungut, wenn da noch einer ist. Ich meine, da hinten brennt ein Lassland. Dann brennt die eine, die seine im Tent noch ist, was ich gerade angegeben habe. Da hinten übrigens ein Infanterist. Und dann ist das Rennen zuhause da. Okay, da brennen aber auch zwei Fahrzeuge hier. Und wo Rauchsäulen da? Da brennt's, da brennt's, da brennt's. Ah, ich seh den Panzer. Da im Zentrum, bei der einzelnen Rauchsäule, oder? Nein, nein, nein. Exakt auf 100 Grad, von hier zu mir. Das, das. Und zwar da unten, bei der unteren Straße. Bestätige, T-72. Ja, der ist noch da. Also hört's. Eine Panzer, der ein Stückchen unterhalb von dem Zelt steht, der ist bekannt. Ich seh nicht einmal ein Zelt. Doch. Wie kein Zelt. Ja, das sollte das Sandbrock überfallen. Wo ist das Zelt gewesen? Genau, hinter dem Ort. Der im Intakten. Ja, der ist mir noch gut. Das ist ein Sportteam. Wir haben hier noch einen Intakten T-72. Ungefähr auf... ...Koordinaten... 0,58, Trennung 0,57, Nähe der Tankstelle. ...Kommen. Also der schaut für mich sehr intakt aus. Ich weiß nicht. Die sagen das... Die anderen sagen, dass der jetzt ja... ...kommst du denn den Hügel runter? Auf der Straße? Ja, genau. Ich mach den Hügel runter. Ja. Ja. Der ist ja schon noch weg. Das ist ja schon für ich. Ja. Ja. Ich werde nicht... Das ist ja hier... Das ist ja... Das war's. Du hast eine größte Kroppgeklänge. Ich habe ihn in der Situation, der das ist jetzt. Das ist ja... Das ist ja... schießen. Ja sicher. Mal schauen. Entfernung ist gemessen. Check. Entfernung ist gemessen. Entfernung ist gemessen. Ja. Bleiben sie in Position. Wo ist der Stefan? Ist er da? Ja da habe ich. Alter wie sollst du jetzt bei mir aus dem Nichts erschienen? Bei mir auch. Hallo ihr seid alle nach mir. Perfekte Tarnungbomben. Echt gut gemacht. Gut Richtung Panzer. Eher rechts ist es. Was redet ihr? Verstehe ich wirklich nicht. Steffen. Links könnten da noch Infanteristen sein. Eigentlich können überall Infanteristen sein. Eher rechts auf. Enemy ist everywhere. Das ist frei raus. Wir messen das sowieso durch. Schuss. Beschuss. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Victor. Da ist er mir getroffen. Ja blöd. Kann nicht mehr gehen. Check. Ich komm. Komm hinter die Mauer. Steinmauerzug. Hinter dir. Bin ich gerade umgeschossen worden? Nein du bist von vorne umgeschossen worden. Nein du bist von oben umgeschossen worden. Nein du bist von oben umgeschossen worden. Nein du bist von oben umgeschossen worden. Ich bin von hinten umgeschossen worden. Ich glaube ich habe den erkannt. Ja dann mache ich den. Der Armat ist seine eigene. Der Armat ist seine eigene. Der Armat ist seine eigene. Ja ja. Brauchst du was? Ja ja. Bin dran. Du bist durch. Danke. Danke geht wieder. Weiter Richtung Bahn zu orientieren. Wenn wir einen sauberen Schuss kriegen. Bei dem Hügel gegenüber haben sie uns. Da haben sie uns vorher beschossen. Von dem Hügel oder was? Ja. Irgendwo von dem Bedünnstreifen hinter dem Hügel. Okay. Ja. Ich glaube jetzt sollte man bald den Panzer hier sehen. Ja Panzer gut einsehbar von hier. Panzer gut einsehbar links. Ja rechts auch. Rechts auch. Danke. Gut. Ist jetzt noch nicht reagiert. Ja einer ist wie vorher gestanden. Die Entfernung 140 Meter. Check. Ich hab gesagt einer stehen. Rückstall frei. Du hast die Wand hinter dir bei oben. Du hast die Wand hinter dir bei oben. Ich weiß. Rückstallzone frei. Betroffen. Ja aber null Wirkung. Eieieiei. Ich hab ihm halt die Freiwilligung gelopft an. Ja. Ja. Das macht dann das Prototyping einmal. Sonst ist es nicht super. Aber getroffen habe ich den jetzt wirklich. Entschuldigung. Ja ja. Sehr satt. Einen Fränkstoff haben wir neben mir oder? Ich hab keine Session. Negativ. Verstanden. Schauen wir mal die Stadt weiter. Äh. Ja. Schauen wir mal das da weiter. Gehen wir Richtung Tarnnetz. Eher. Eher mittig durch. Also oben am neben. Gegenüber sind irgendwo Gebäude. Das steuern wir an. Ja. Wollte genau höchstlich sein. Wie kommt man denn da runter? Da runter? Rechts herum. Ich spring da nicht runter. Immer nur weh. Geht's runter. Auf geht's. Da kriegen wir sie. Nils vertrockte, trockene Wüstenluft. Man wird so gut offen sehen. Ich hab da geschreit. Ich glaub das ist gut. Ich hab das für Hase. Ich schätze, dass ihr bei der Risskontakte noch gesehen habt. Kommt's? Ah, wut! Queren. Queren, queren! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.